Ich bin in deinen Folge, was geht? Skrr, skrr! So, mal gucken, was wir kriegen. Oder wer uns kriegt. Er guckt. Das ist der Asse, ne? Vergessen. Hopp, jetzt gucke ich direkt. Komisch, gar keine Bubbels besetzt. Ich geh mal in den Keller. Hä? Hä? Was ist der Bubbels? Was? Ah, schau, was gehört rechts. Hier hab ich was gehört. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier ist nichts. Ne. Hier muss es sein? Wahrscheinlich im Gang hier. Ja, aber hier ist auch Schlag gewesen. Okay. Ne, keine Bubbels. Ich weiß, dass wir eine Seite legen. Legen wir mal hier ab. So, warte. Ne. Wohl, ich schwimmen wir aber eben. Ich bin wirklich auch schon da. Warte, 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 warte. Ich nehm das halt nicht mit. Dann nehm ich das halt mit. Ja, dann bleib halt drin, okay. Ja. Haben wir das gehabt? Ja. Wann das? Das ist das Buch überhaupt. Das stimmt. War doch hier in der Ecke, ne? Bis wir hier lang laufen. Jo, jo. Willst du dann zocken? Ey. Ne, ich hab grad was abgeschaut. Der ist besetzt. Warte, ja, geh weg doch. Hallo, geh weg. Ich will jetzt wieder weiterschauen. Ey. Jetzt müssen wir abwarten, ne? Haben wir irgendwas gehabt jetzt? Nee. War nix. Ah, Tür. Da war nix. Guck mal, das Fingerabdrücke ausschließen. Der hat die ganze Zeit alles... Ah! Dotz, ich hab's gesehen. Der ist grad hier durchgelaufen. Okay. Definitiv. So, Fingerabdrücke ist es nicht. Dotz ist es... Ausstatt 3? Da war ich da. Da war ich da. Ich würde so triggern es dir damit. Über das Nachrichten gehört. Ja, ja und? Ne, ich mein das ist ja gut. Bei den, äh... Bewegung hier. Was verspann? Entschuldigung. Tein, Alter. Da war es drin. Ne, Oni. War doch keine Rayonese. Da stand, wir können die Bildschirme zum Ablesen nutzen. Ja, cool. Da war gerade ein Pro-Tipp, dass wir die Bildschirme nutzen können zum Ablesen, was da ist. Hier. Das war gar nichts. Schon mal. Was hast du schon, hä? Nenn dich mal cleanes Licht. Ich hab jetzt cleanes Licht. Oh, was ist mein Geld ausgegeben? Ja, ja. Ich hatte die vorwärtige und dann dachte ich mir. Eich. Oh, ist so geil. Oh, ist das schon mal. Aber wir können ja bis zum Ende gucken. Jo, ich sehe aber schon bis zur Küche. Es verändert einfach alles. Beste Item im Spiel. Was gehört? Was denn? Da ist irgendwas aufgegangen. Warte mal. Da. Handabdruck. Der ist hier bei Nancy. Der ist hier durchgelaufen. Das heißt, wir machen mal hier den Dots hin. Ah, natürlich habe ich keine Dots dabei. Das heißt, wir machen Dots. Das heißt, wir machen Dots. Das ist hier. macht aber er macht einfach lieber hier ist der andere auch noch bedeckt das stimmt auch wieder ja kann ich nicht hier heißt es nicht als er aber sonst ich habe nichts gesehen ich habe nichts gesehen weil du licht an hast so hell ist noch mal mit dem radio er hat ja eben bei wem gab bei radio ach stimmt der kasten ist aus er geht ja nicht wenn du meinst das ist gesehen hast weil es rein theoretisch keine orbs weil macht irgendwie gar nix abdrücker sind geisterbruch ist gerade durchgelaufen irgendwie nicht ist es auch nicht ja und phantom keine bubbles was machst du gerade Ich suche gerade nach Bubbles. Ich bin gerade angekommen. Ich bin gerade angekommen. Also ich habe jetzt mal gedacht Phantom. Warum? Warum? Weil ich Sachen ausgeschlossen habe. Also was hast du denn ausgeschlossen? Also EMF habe ich jetzt ausgeschlossen. Weil du ja gesagt hast, du hast 4. Aua. Tschüss. Und wir sehen uns wieder. Servus. Phantom. Ich nehme mich. Phantom. Ja. Mal gucken, ob das funktioniert hat, das Ausschließen. Obake. Natürlich. Das macht einfach gar keinen Sinn. Weil der hat ja auch keine Anzeichen gegeben. Hast du was hinzufügen? Äh, ja. Warte, ich kaufe mal alles. Warte, warte, warte. Stopp, stopp, stopp. Ich habe ja alles. Deswegen, was brauchst du? Ich habe auch. Okay. So viel Geld, Junge. Wie habe ich eigentlich kaufen? 3479. Da wird grad so reingepaid, alter. Ich hoffe, ich sterbe dann und habe gar nichts wieder. Ah, nee. Let's go. Warum hast du denn so viel? Ach, selber schuld, wenn du das verlierst. Ich bin jetzt aber pro, oh. Äh, wo ist jetzt meine hin? Welche deiner? Deine Tasche. Ach so, das ist deine Tasche. Ich habe mich vertauscht. Ne, hä? Ich dachte aber... Ne, ich habe doch zwei. Hä? Da unten ist eine Standard Taschenlampe. Schon mal, da ist das Parabol Mikro, oder ist das... Ne, was ist das? Ah, das ist das Mikro. Also, wie geil. Das ist das Live Stream. Ey, kommen Sie... Diesmal machen wir die Aufgaben, okay? Salz, IMF. Okay, dann nehme ich mal meine Taschelampe. Foto, ein Impfgerät. Äh, Schlüssel. Da. Wir sollten vielleicht diesmal nicht, oder ich diesmal nicht sterben, weil ich habe Geld. Also... Ja, die Ware... Weil ich Geld habe. Naja, ich habe die teute Wahl. Versuchst du rauszurennen. Wenn die Tür zu ist, ja. Ne, wenn sie offen ist. Ja, aber diesmal kill der glaube ich nicht beide. Wenn er einige kill hat, dann direkt auf glaube ich. Ja? Du hast nur eingestellt, Profi? Ja, Profi. Ah, okay. Da ist aber nicht die Kamera dabei, ne? Ich habe jetzt das... Warte mal, ich muss eben mein Pedal wegstellen. Warte mal, stell die Sachen hier auf den Küchentisch. Schau mal kurz. Was? Küchentisch? Wer ist das gerade genommen? Kuchentisch? Wer ist das gerade genommen? Kuchentisch? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ey, da war ich ja richtig mit den Sachen. Aber kein Bubbel. Ah doch, Bubbel. Kitsche, ja. Wie bist du gestorben? Wer war dein Opfer? Wer ist dein Opfer? Wo ist dein Kopf? Wo ist dein Knopf? Da ist dein Knopf, ok. ah hat der druck Der kommt! Aua! Der hat mich gekillt. Renn weg, wenn der weg ist. Der hat mich getötet da oben. Der hat mich geprankt, Anna. Kannst jetzt rausrennen. Also, das Ding hat er nicht ausgelöst. Äh, ja. EMF weiß ich nicht. Ich habe nichts gehört. Bubbles sind es. Fingerabdrücke sind es auch. Hattest du Gefrier unten, oder? Thomas? Ich höre dich, ne? Also, Gefrier, hattest du das? Ne, ne? Hast du was? Ja, ich verstehe nicht, was du hast. Ich rede mit dir. Achso, der jagt. Wird aufgehört. So, jetzt hörst du mich aber. Warte, warte, warte. Jetzt höre ich dich. Also. Wir haben, äh, Gefrier. Äh, ne, Gefrier. Fingerabdrücke und Geisterorps. Hat er bei dir irgendwie Gefrier ausgelöst? Ne. Äh, Dotz hat er bei mir nicht ausgelöst. Äh, Gefrier war es auch nicht. Ja, ich sag, Obako. Ah. Obako. Er hat gerade Bewegung. Hast du gehört? Ja, okay, dann lass es das nächste Mal mit dem Audio-Sensor machen. Ja. Ich will mal das probieren. Also, es ist auch Obako. Das sieht ja richtig cool aus. Und das Parabol-Mikrofon, alles einfach nutzen. Natürlich doppelt. Ja, Obako. Wie viel Geld hast du bekommen? Hä? Ich hab wieder Blackscreen. Hallo? Du bist raus. Junge, ich hab schon wieder Blackscreen. Was ist das für eine Scheiße? Du bist rausgeflogen anscheinend. Ja, Junge, mein Spiel. Einfach so, ne? Aber es war Obako. Ja, schön. Es war richtig. Weißt du, wie viel Geld du jetzt bekommen hast? Ja, gar nichts. Geil. Bringt der was? Was ist das Problem, wenn du es schwach erkennst? Und bitte legen sie das Mikrofon als Standard in Windows fest. Hat der jetzt gefragt erst, oder was? Nein, nein, nein. Der steht immer am Anfang da. Ach so. Noise.